Francis Jean Marcel Poulenc war ein französischer Pianist und Komponist, Leben und Werk. Poulenc wurde in Paris geboren. Seine Mutter brachte ihm das Klavierspielen bei. Musik war fester Bestandteil des Familienlebens. Mit 15 Jahren wurde er Klavierschüler von Riccardo Vins. Je Louis de Estou, sagte er 1953 in einem Interview. 1918 noch während er den Militärdienst absolvierte und komponierte er drei Miniaturen. Ab 1921 erhielt er eine musikalische Ausbildung durch Charles Köchlin, von Igor Stravinsky und Mauriz Eschevalier ebenso beeinflusst wie vom französischen V. Deville. Stieß Poulenc nach dem Ersten Weltkrieg zu einer Gruppe junger Komponisten um Erik Satie und den Schriftsteller Jean Cocteau, genannt Lesix, deren Mitglieder den Impressionismus zugunsten einer größeren Einfachheit und Klarheit ablehnten. Einiges vom Stil der Six fand Eingang in Poulenc's eigene musikalische Arbeit. Er übernahm Techniken der Dadaisten und ließ sich von populären Melodien beeinflussen. Eine charmante Vulgarität erschien ihm wichtiger als das vorgeblich tiefe Gefühl der Romantik. Er war ein herausragender Pianist und die Klaviermusik dominiert Poulenc's frühe Werke. Seine Freundschaft mit einigen Dichtern des Montparnasse, darunter Guillaume Apollinaire und Paul Éluard, führte zur Komposition zahlreicher Lieder zu deren Texten. Auch für den Bariton Pierre Bernack, den er 1926 kennenlernte und 25 Jahre lang als Pianist begleitete, schrieb er viele Lieder. 1936 wandte er sich nach dem Unfalltod seines Freundes des Komponisten und Kritikers Pierre Octave Farraud und dem Besuch der schwarzen Madonna von Rocamadour dem katholischen Glauben zu. In seinen Kompositionen schlug sich das in einer Reihe geistlicher Werke nieder, die oft als seine wichtigsten Arbeiten gesehen werden. Auch wenn er selbst seinen Schwerpunkt in der Komposition von Opern sah. Im Sommer 1943 komponierte Poulenc die Kantate für Doppelchora Cappella Figaümen. Auch darin vertonte er Gedichte seines Lieblingsdichters Paul Éluard. Während der Zeit der deutschen Besetzung Frankreichs erhielt Poulenc immer wieder anonym Texte aus dem französischen Widerstand, darunter auch solche, die er als Gedichte von Éluard identifizierte. In diesen Gedichten wurde mehr oder weniger versteckt zum Widerstand aufgerufen. In dem berühmten Gedicht Ode à la Liberté, das den Schluss der Komposition bildet, geschieht dies sehr offen. Poulenc musste diese Texte heimlich vertonen. Er ließ sie durch den Verleger Paul Éluard heimlich drucken, damit sie am Tage der ersehnten Befreiung sogleich aufgeführt werden konnten. Poulenc verstand sein Werk als einen Akt des Glaubens und der Zuversicht. Dies war für ihn auch der Grund für die Beschränkung auf die menschliche Stimme, den Verzicht auf Instrumente. Die Komposition wurde noch vor Ende des Krieges nach England geschmuggelt, wo sie im Januar 1945 in einer englischen Übersetzung Uhr aufgeführt wurde. Die französische Uraufführung fand erst im Jahr 1947 statt. Für seine erste Oper, 1947 an der komischen Oper von Paris-Uhr aufgeführt, verwendete Poulenc wiederum Texte von Apollinaire als Inspiration und arbeitete auf der Grundlage von dessen Le Mamelles de Thiersiage. Die Oper Dialogues des Karmelites von 1957 im Auftrag von Ricordi für die Mailänder Skala komponiert, ist Poulenc's wohl bekannteste. Die Handlung basiert auf dem Schicksal der 16 Karmelitenen von Compiègne, die während der französischen Revolution durch die Guillotine hingerichtet wurden, und auf dem Roman Die letzte am Schafott von Gertrud von Lefort. Poulenc's letzte Oper war eine Tragödie in einem Akt, genannt La Vaucumen und wurde am 6. Februar 1959 an der komischen Oper in Paris-Uhr aufgeführt. Francis Poulenc starb am 30. Januar 1963 in Paris an Herzversagen, sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris. Außer diesen Opern schrieb Poulenc hier ein Konzert für Orgel, Cembalo, Klavier und zwei Klaviere, weiterhin Messen sowie zahlreiche kammermusikalische Werke. Dabei bediente er sich immer wieder bei den Vorbildern Mozart und Saint-Synes. Seit 1995 werden seine Werke mit dem Francis-Poulenc-Werkverzeichnis gesammelt. Die Beziehung zwischen Poulenc und Bernack ging weit über das gemeinsame Konzertieren hinaus. Manche Autoren betrachten heute Poulenc als einen der ersten Komponisten, der öffentlich zu seinen homosexuellen Neigungen stand. So ist bekannt, dass er eine erste feste Beziehung mit dem Maler Richard Chenler hatte. You have changed my life. You are this unshine of my 30 years a reason for living and working. An anderer Stelle bekannte er. You know that you am as sincere in my fight without any messianic screamings as you am in my Parisian sexuality. Anführungszeichen. Ihm widmete er 1928 sein Concerto Campita. Zwar hatte Poulenc auch mehrere Beziehungen mit Frauen, die Vaterschaft für seine Tochter Marie Angel gab er jedoch nie öffentlich zu. Auch sein Geständnis, seine sehr gute Freundin Raymond Delinos siehe nicht begehrenswert gefunden zu haben, obwohl er beabsichtigte sie zu heiraten, stellt sein wahres Interesse an Frauen mehr in Frage. Werke, Bühnenwerke Musik zum Ballett lebiges FP 36 brachte den Durchbruch. Le Animaux Modelles Ballettmusik nach Fabeln von Jean D. La Fontaine FP 111 L'histoire des Baba, Le Petit Elephant FP 129 Vertonung des ersten Bandes der Baba-Serie von Jean D. Brunhoff Le Mermelis de Thiersiage Dialogues des Karmelitis FP 159 La Vogue Eumen FP 171 Filmmusik Labelle Aubois Dormand FP 76 La Duchesse de Langeis FP 116 Le Voyageur Sans Bagage FP 123 Stellanuit de la Sergin FP 124 Le Voyageur en Amérique FP 149 Geistliche Werke Prézessionale Pour la Cremation D.U.N. Mandarin FP Le Erste Litanie Sala 4 Genua Messe in G-Dur FP 8 9 Quatre Motets Pur und Temps de Penitens FP 97 Im Einzelnen werden hierunter folgende vier Motetten zusammengefasst Timor et Tremor Vigna MIA Elecda Tenebrefec Tessantristi C.S.T. Anima MIA Exsultate DOFP 109 Quatre Petits Préres de Saint-François Dessis FP 142 Starbat Matria FP 148 Quatre Motets Pur Le Temps de Null FP 152 Umfasst die Motetten O Magnum Mysterium Quem Vidis Dis Pastor Sizid Videntes Stellam Hodi Christus Natus EST Gloria FP 177 Uraufführung in Boston Salve Regina SATB Mai 1941 Weitere Chorwerke Sepp Chansons Pur Chör Mixte Un Soa De Neige Egaümen Kantate für Doppelchora Cappella FP 120 Uraufführung im Januar 1945 in London Chanson Aboa Kammermusik Sonate für zwei Klarinetten OP 7 FP 7 Sonate für Klavier zu vier Händen FP 8 Sonate Nummer 1 für Violine und Klavier OP 12 FP 1 2 Kratuora Chordes IFP 2 8 Vernichtet Sonate für Klarinette und Fagott OP 32 FP 3 2 Sonate für Horn, Trompete und Posaune OP 33 FP 3 3 Sonate Nummer 2 für Violine und Klavier OP 39 FP 3 9 Trio für Oboe, Fagott und Klavier OP 43 FP 4 3 Sonate Nummer 3 für Violine und Klavier OP 54 FP 5 4 Villanelle für Blockflöte und Klavier OP 74 FP 7 4 Suite Française für zwei Oboen, zwei Fagotte, zwei Trompeten, drei Posaunen, Schlagzeug und Cembalo OP 80 FP 8 80 FP 8 0 6 Det für Klavier und Bläser Quintett OP 100 FP 1 0 0 Sonate Nummer 4 für Violine und Klavier OP 119 FP 119 Kratuora Chordes, zwei FP 133 Vernichtet Sonate für Violoncello und Klavier OP 143 FP 143 Trois Movements Perpetuels für neun Instrumente OP 14 FP 1 4 Sonate für Flöte und Klavier OP 164 FP 164 Elegy für Horn und Klavier OP 168 FP 168 Sarabande für Gitarre OP 179 FP 179 Sonate für Klarinette und Klavier OP 184 FP 184 Sonate für Oboe und Klavier OP 185 FP 185 Klavierwerke Engprotüs FP 2 1 Trois Etudes de Pianola FP 2 6 Nocturns FP 5 6 Feuerts D'Ibum FP 6 8 Improvisations 13 bis 14 FP 1 7 0 Improvisation 15 FP 1 7 6 Lieder Chansons Gaillats FP 4 2 Erstchantes FP 4 6 Metamorphosis FP 1 2 1 La Traveille de Peintre FP 1 6 1 Märsche Orchesterwerke Discours du General und Labai Neuse de Trouville FP 2 3 Nummer 2 Suite Napoli FP 4 0 Mit berühmten Capris Italien Konzert Campita für Klavizin und Orchester FP 4 9 Für Wanda Landowska Richard Chaneler gewidmet Konzert für zwei Klaviere und Orchester D-Moll FP 6 1 Concerto Pua Orgü Chordes E Timbales und Sol Mineur FP 9 3 Klavierkonzert Cis Moll FP 146 10